Heute gibt es die besten Abiturtipps in Bezug auf das Thema Organisation. Viel Spaß! Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und ohne die richtige Organisation wirst du diesen Traumabiturschnitt auch definitiv nicht erreichen, weil gerade wenn du eben halt konstant viel lernst, dann ist es einfach super wichtig, dass du weißt, wie du richtig organisiert bist, dass du dafür sorgst, dass alle Sachen beisammen sind und dass wirklich auch alles klappt. Deswegen direkt gleich rein in die 5 Tipps. Hier nochmal kurz der Hinweis zur Elternumfrage, wenn du die gestern aus dem Video noch nicht an deine Eltern geschickt hast, dann bitte mach das jetzt, hilft uns sehr, sehr stark weiter, wenn ich dir bisher irgendwie weiterhelfen konnte in Form von einem Video, einem Kommentar, einer Instagram-Antwort, was auch immer, dann bitte, bitte helft mir im Gegenzug auch kurz ein kleines Stück weiter. Und zwar schickt einfach den Link, der im ersten Kommentar angepinnt ist oder auch der erste Link in der YouTube-Beschreibung, den einfach an eure Eltern per WhatsApp oder wie auch immer weiter senden und dann sollen die einfach die Umfrage, hat mit euch gar nichts zu tun, einfach nur, sie sollen für sich die Umfrage ausfüllen und das wird uns sehr, sehr stark weiterhelfen. Jetzt machen wir direkt weiter mit den 5 Tipps. Erstens, ein Plakat zum Planen. Wenn wir unseren Alltag planen oder unser Jahr planen oder was auch immer, dann nutzen wir meistens vielleicht irgendwie, was weiß ich, vielleicht eine Handy-App oder Google-Kalender oder was auch immer. Nachdem das Abitur ja schon wie so ein großes Projekt ist, würde ich euch da was anderes empfehlen. Und zwar macht wirklich hinter euch so an eure Wand, kann ruhig so groß wie unser Roll-Up hier sein, also wirklich richtig fettes Ding, wo du einfach so deinen ganzen Gameplan quasi für die nächsten 2 Monate Abiturphase aufschreibst. Das hat dann nämlich auch wirklich so ein, ich sag mal wie so ein Missionsgefühl. Also das ist jetzt meine Mission, mein großes Ziel, da will ich hin. Deswegen mach dir ja wirklich einen großen Zeitplan, zeichne da alles ein, markiere die Dinge farbig. Einfach, dass du merkst, okay, was habe ich denn eigentlich vor mir? Dass du wirklich so einen kompletten Überblick hast über das ganze Geschehen, das wird dir sehr, sehr stark helfen. Zweitens, eigener Lernplatz. Das bedeutet, dass du wirklich einen Lernplatz nimmst, wo du nur lernst und nichts anderes. Das ist wahrscheinlich in der Regel dein Schreibtisch. Und das Wichtige, ich meine, dass du an deinem Schreibtisch lernst, macht Sinn. Das wirklich Wichtige ist jetzt aber, dass du an dem Schreibtisch dann auch nichts anderes als Lernen machst. Das bedeutet, dass wenn du gerade dieses YouTube-Video auf deinem Schreibtisch siehst, dann setz dich auf dein Bett, setz dich auf eine Couch, setz dich auf einen anderen Stuhl, was auch immer. Wenn du andere Dinge tust, sitz dann einfach nicht am Schreibtisch, okay? Das hat einfach einen ganz einfachen psychologischen Hintergrund, und zwar unser Kopf verknüpft unterbewusst einfach immer mit einer Umgebung bestimmte Tätigkeiten. Und wenn du schaffst, dass du am Schreibtisch nur lernst, dann wird dein Kopf mit dieser Umgebung des Schreibtischs wirklich auch nur das Lernen verknüpfen. Dann wird es dir viel leichter, vor allem wirklich, und das ist im Abitur in der Vorbereitung halt super wichtig, dass du wirklich konstant dran bleibst, dass du, wenn du am Schreibtisch sitzt, halt auch wirklich lernst. Und bei allen anderen Dingen setz dich einfach woanders hin, dann hast du quasi deine eigene Psyche hier oben auf deiner Seite. Drittens, Lernfortschritt visualisieren. Das ist eine der unterschätztesten Techniken, die du machen kannst, um wirklich dauerhaft motiviert zu bleiben und auch überhaupt zu merken, ja, geht denn überhaupt auch was voran? Deswegen habe ich euch auch diesen Tipp mit dem Plakat gegeben, ja, weil da kannst du dir zum Beispiel aufschreiben, was für Themenbereiche du alles hast, was du alles gelernt haben willst, was du abgehakt haben willst, wann du wo sein möchtest. Und das kannst du dir visualisieren, wie auch immer du es gestaltest, ja, dass du zum Beispiel einfach mit der Farbe einfach immer nachmalst, wenn du halt irgendwie in den Themenbereich gelernt hast oder dass du ihn durchstreichst oder abhakst oder wie auch immer, weil das ist einfach ein richtig geiles Feeling, ja, wenn du am Anfang einmal so richtig groß aufschreibst, was du alles vorhast und dann über die Zeit so von Tag zu Tag, Stunde zu Stunde, Woche zu Woche wirklich Haken setzen kannst, Balken ausmalen kannst, weil das sorgt einfach dafür, dass du merkst, hey, es geht was voran. Und gerade dann, wenn es auch mal schwierig ist, ja, dann kannst du immer zurückschauen und sagen, hey, ich habe doch schon so viel gelernt, ich habe doch schon so viel geschafft, ja. Machst dir gerne auch gegenüber von deinem Schreibtisch an die Wand, wo du wirklich merkst, hey, es geht doch richtig was voran. Und das wird einfach auch nochmal einen richtig großen Unterschied für dich auch dauerhaft ausmachen. Viertens, Handyzeiten einrichten. Es ist und bleibt der allergrößte Killer für deinen Erfolg in der Schule. Wenn du nicht dich irgendwie dazu aufbrachst, dein Handy in den Griff zu bekommen, dann wird es mit den guten Noten nichts, ja. Es heißt nicht, dass du da die ganze Zeit immer deine eigene Energie reinstecken musst, nicht ans Handy zu gehen, sondern lass dir einfach Blog-Apps übernehmen, ja. Das ist eine Sache, die ich auch mit unseren Coaching-Teilnehmern immer wieder durchgehe und sage, Leute, habt ihr eure Blog-Apps drin, habt ihr eure Blog-Apps drin, habt ihr eure Blog-Apps drin. Das bedeutet einfach nichts anderes, zum Beispiel für Android, help me focus, ist auch keine Werbung hier, also irgendwie nicht bezahlt oder so, sondern nutze ich selbst wirklich jeden Tag. Diese Apps sorgen einfach dafür, dass du halt auf WhatsApp, Instagram, sonst was halt einfach nicht zugreifen kannst in bestimmten Zeiten. Und wenn du es wirklich halt so einstellst, auch in deine Abiturvorbereitung, dann gehst du halt da nicht ans Handy, also du kannst schon gehen, aber kannst halt da nichts machen. Und das sorgt halt für einen wesentlich krasseren Fokus, eine wesentlich krassere Konzentration und so auch schlussendlich dauerhaft für eine wesentlich bessere Vorbereitung. Und fünftens, einen Ordner, der ausschließlich für die Abi-Materialien da ist. Das bedeutet, wenn du mit dem zweiten Semester deines letzten Schuljahres fertig bist und dich dann wirklich nur noch auf die Abiturvorbereitung vorbereitest, dann würde ich dir wirklich empfehlen, pack alles weg, was du irgendwie nicht brauchst, weil es ein Zettel war, was nur der Lehrer ausgeteilt hat, aber was für Abi irrelevant ist, was nur ein Exkurs war oder sonst was auch immer. Mach dir wirklich einen eigenen Ordner, wo nur die Sachen drin sind, die du fürs Abitur lernen möchtest. Das ist ein Handgriff, das musst du einmal machen und sorg dafür aber auch vom Kopf her für so viel Klarheit, weil du weißt, hey, es geht nur noch um den Ordner und du verwechselst nicht irgendwelche Sachen und lernst nicht auf einmal Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Du hast einfach die Klarheit, hast den Fokus und wirst du auch wesentlich bessere Erfolge erzielen. Wenn du sonst noch bessere Erfolge erzielen möchtest, dann natürlich gerne in unser Traumabitur-Coaching kommen, wie immer der Link in der YouTube-Beschreibung. Viel wichtiger, aber jetzt erstmal noch, dass du wirklich auch diese Umfrage an deine Eltern schickst. Das heißt, das ist der allererste Link in der YouTube-Beschreibung und auch der erste Link, den wir hier als Kommentar angepinnt haben. Deswegen daran bitte unbedingt denken, das hilft uns sehr, sehr stark weiter. Also einfach an deine Eltern schicken, per WhatsApp, wie auch immer. Und ansonsten ein herzliches Herzlichen Dank dafür, weil es wirklich viel, viel bringt. Und ansonsten denk dran, ich glaub an dich. Wir bald hören uns im nächsten Video. Dein Link. Dein Link Dein Link ARD Text im Auftrag von Funk